Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Hai bis. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kam. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in hundert tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie baden die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Die Hütte am Cauldron Lake? fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner oder verrückt. Sie würde mich einsperren und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snapfilms. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein Fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Das hier war ein spätes Lebwohl. Dreizehn Jahre nach meiner Rache hatte es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Peiner dulden. Mein Blut färbte den Schnee rot, ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es topfte gemächlich in den Gulli herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So isse. Ich bin zu Hause. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich unmenschlichem mit menschlicher Maske, menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht rang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagen, für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager, doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich blühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munitionen. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr hatte das hier gelassen. Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem, etwas Fremdem. Und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Bis jetzt. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekarrt. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Als Barry das Dunkel das Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders, als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang nicht durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht der Traumprinz und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Elle war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Elle wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Elle hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Elle, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Elle nur selten denselben Geschmack. Die Klageandrohungen von Wakes Agent waren Sarah egal. Sie ließ Wake ohne Diskussion gehen, weil er etwas an sich hatte, das sie noch nicht einschätzen konnte. Etwas, das sie an ihren Vater erinnerte. Sie glaubte nicht, dass Wake seiner Frau etwas antat. Dann fiel ihr ein, wie er auf Hartmann losgegangen war, wie sein Zorn ohne Vorwarnung hervorbrach.